hallo meine liebe leute johann werner hier auf mobis kanal youtube kanal auf endlich danke an dich dass du hier warst beim football camp und danke dass du mit mir die die lange coach dass ich leider verletzt und da gibt es nicht viele die letzten zwei jahren kennengelernt ich vertraue mit mir das zu machen super gelaufen wir hatten geiles camp und die jugend hat dich gefreut jemanden auch dabei zu haben der auch ein bisschen mal in der fälle geschnuppert hat nicht nur von mir also ich danke dir mit dem youtube kanal so 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 Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Anyway. Leute, die wir hier schon sehen können, wir gehen da jetzt in ein Restaurant. Sieht geil aus. Am Tempelhof. So, da habe ich euch mal kurz die breitesten Menschen, die ich jemals hier in Deutschland gesehen habe. Und zwar Chef Lannos. Aua! Möcht ihr euch ganz gut vorstellen? Ihr könnt ihn mal kurz jetzt sehen. Ja. Was ist das? Privat? Instagram? YouTube? YouTube. Okay, liebe YouTube-Gemeinde. Klickt, swipet ab. Extra Rabattcode. Heute nur von mir. Coach Raffaianos. Online-Coach. 25 Jahre Spieler gewesen. 15 Jahre GFL gespielt. Und jetzt mit meinem Partner, ehemaligen Nationalcoach. Da war ich nämlich auch zehn Jahre unterwegs. Erol Seewald haben wir uns vor drei Jahren gedacht. Wir machen unser eigenes Ding mit LLP. Und das stellt der Erol vor. Echt? Sollten wir so voll die Geschichte erzählen? Das ist ein geiles Mann. Lass doch deine Bühne. Lass ich weiter. Es gibt kein Ende. Ja, ja. Nein, nein. Auf jeden Fall. Gutes Ding heute. Wir haben ein schönes Camp gehabt bei Grid Iron Imports. Wir sind spezialisiert auf O-Line. Die haben wir auch heute übernommen. Mit unserem Coach Kali. Unser neuen Zugang an Bord. Der eben schon vorgestellt worden ist. Ja, und sind jetzt das dritte Jahr auch mit Grid Iron Imports unterwegs. Und der Mobi, der gerade die Kamera hält, ist das erste Mal dabei. Und wir freuen uns sehr. Swipe out for Mobi. Ja, und vergesst nicht, also wenn das jetzt Mobis Video ist, ein Läumchen ist ein Träumchen. Immer, immer, immer schön nach oben. Immer schön nach oben. Wichtig, abonniert den Kanal. Abonniert. Abonniert den Kanal. Danke Jungs. Wir lernen was. Danke Jungs. Das waren jetzt die Offense-Jungs. Ey, Leute. Jeden Jungen, der Offense-Line spielt. Wenn ihr was lernen wollt, geht zu den Jungs. LLP. Performers. Geht da hin. Die wissen ganz genau, was sie machen. Okay? So. Ich freue mich schon auf mein Essen. Wir gehen zur Darabar. Uh, das Restaurant sieht doch sehr gut aus, oder nicht? Ist riesig. Ist riesig. Yep. Wir gehen jetzt schön lecker essen. Ich weiß nicht, famous. 好吧. Wir gehen golden. Ich we scares mich mal. Ich случае rüsz Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich darf auch mal drauf endlich. Der Mobi, danke an dich, dass du hier warst bei meinem Football Camp und danke, dass du mit mir die D-Line gecoacht hast. Ich habe mich leider verletzt und da gibt es nicht viele, die ich in den letzten zwei Jahren kennengelernt habe, die ich vertraue, mit mir das zu machen. Und es ist super gelaufen. Wir hatten ein geiles Camp und die Jugend hat dich gefreut, jemanden auch dabei zu haben, der auch ein bisschen mal in der Fälle geschnuppert hat. Nicht nur von mir, also ich danke dir, viel Glück mit deinem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.